hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ja heute mit gast warum fliegst du heute mit mir hallo ist geflogen überhaupt nicht ja ich weiß kam es von oben ich komme gleich von unten tschüss so schnell ich kann schau mal wie schnell du hast mich was zur hölle aha wie machst du das du hast immer wieder durch mich durch nicht zu mir so und so lange ist die bahn okay lass mich mal porten so da bleibst du in meiner wohnung möchte ich nicht haben ja gut das ist heute mit dem cortex immer so ja haben wir gemerkt ich bin beim dünnel gespawnt das ist ungewöhnlich ich mache mir ab jetzt ein home geht nicht so warum der cortex heute wieder dabei ist ganz einfach weil bis jetzt nur ein gewisser cortex shadow lp der war und das hier ist ein komplett anderer nutzer hat auch einen anderen skin wie ihr seht der name kann man faken er hat hier übrigens crack minecraft und so musste das jetzt verraten hier mein alibi wollen alle noch mal so gut ach ja übrigens hier das texturenpaket wurde von mir geupdate ich habe die steine angepasst so wir gehen jetzt mal zu mir ins lager kannst du das auch haben ich hab grad das normale john smith sieht zwar auch schön aus aber hört ja das sind die leute die klopfen der war weiß ich mache klingelstreich ich hole immer ausrüstung was hatten wir an halloween er ist wieder weg tschüss cortex nein halt halt und sterben ach so ich dachte ich dachte ich dachte ich hätte wieder abgekackt hat also das ist nicht was ich bin aber aus dem server geflogen das ist lustig das macht ich weiß du hast mich getötet also das war's was zum her hat so eine spitzhacke ach nee die liegt hier hinten warum so ab halt hier da jetzt das ist noch drei schnitzel oder ein paar mehr kommt das hier um und schluss michel dass sie bekommt auch noch ich nehme die mit und mache uns etwas bist du noch da ich habe immer voll schiss dass jetzt weg ist und die items weg sind ich glaube jetzt ist er weg ja schön ist das super mit dem internet heute ähm ja hoffentlich hat er noch die items gut ähm ich bin gar nicht auf eine höhlentour vorbereitet ich habe viel zu viel glumpt und scheiß trick dabei lasst euch von dem geblubbere im hintergrund gar nicht beeinflussen ich habe meine sachen noch komischerweise okay los ja gut ja ich hatte mit dir eigentlich vorhin eine höhle zu gehen ja okay dann machen wir das wir fahren so viele diamanten wie möglich hier hast du deine fackeln ähm ja ich packt nur noch kurz überflüssigen kram weg also das ist ja so ein unzuverlässiger kerl ist das ne ich will auch gar nicht mehr mit dem aufnehmen der ist immer weg ist der das ist ein arschloch wisst ihr was ich nehme einfach seine fackeln mit ja dann nimm die fackeln und jetzt komm mit komm komm mit komm 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 mit ich bin unten oh scheiße ein creeper drecksvieh bleib draußen boah war das knapp warte mal ja nicht nein das war falsch what the fuck bin ich jetzt genau ich lauer ich lauer mensch geh nicht raus mach die tür zu mach die tür zu mach die fucking tür zu hab ich ich bin aber noch nicht ah mal raus so ah boah das war knapp ich bring meine mutter gleich um ne ja das mach ich auch immer die äh die neueste mutter die ich da jetzt hab die ist auch schon wieder halb aufgebraucht brauch wieder was neues auch schon wieder halb aufgebraucht klar doch jetzt kannst du ruhig rauskommen ich bin schon draußen ich glaube ich glaube es liegt an seinem internet das ist ja eine wirklich schöne oh gott oh fuck aber schöne skelette habe ich hier drin stirb jetzt schaue ich auf einmal wieder diese playlist obwohl ich nix gemacht habe so keine ahnung weshalb so egal wir laufen schon mal zur höhle sorry jetzt dafür dass das hier eine so ich sag mal failaufnahme ist aber ich mein die meiste zeit werde ich eh alleine kommentieren und mittlerweile ist auch noch nicht mal mehr ein doo doo dabei wahrscheinlich ist er jetzt kurz weg um seine mutter umzubringen kann ich voll und ganz nachvollziehen um ah Mist jetzt hab ich den Befehl gar nicht mehr slash tp so alter mann oh kult oh hater ich kann dagegen nix tun doch ich schenne ich internet meinte babababaa hahaha oder nicht ja wieder oder oh nö internet du bleibst jetzt da sonst setzt's was glaub mir sonst setzt's was Sonst werden Shui und ich dir zeigen, wo es lang geht Haha, hier geht es lang Bist du nach unten gesprungen? Achso, da Ich laufe auf den Bäumen Ein Bear Grylls springt niemals runter Verdammt Ich bin runtergesprungen Alter, warum habe ich jetzt schon wieder 60 Frames? Und warum ist Gothic schon wieder weg? Alter, ich nehme mit dem nie mehr auf Das ist totales Arsch Wen ist das, habe ich noch Internet, Mann Entschuldigung Wie er ausrastet, ey So, ich hatte vor, dass wir in diese Höhle gehen Wo ich schon mal drin war, aber die ich noch nicht ganz erforscht hatte Ich laufe da schon mal hin, ne Irgendwann port ich dich da mal Ja Du kriegst ja eh nichts gebacken Ich merks Und meine Mutter regt sich nur darüber auf, dass ich Ich werde aber verstehen, tut sie es wohl nicht oder so Das ist schön, die Schafe fliegen Ich habe jetzt fliegende Schafe hier auf dem Server Wunderbar Ja, das ist normal, das tun meine auch Die kriegen auch ständig So Ich setze Fackeln, solange bis deine aufgebraucht sind Wir gehen hier raus War die falsche Höhle Was war das denn jetzt für eine Logik? Ich setze Fackeln, solange bis deine aufgebraucht sind Ich weiß Also heißt, du setzt nie Fackeln Naja, das hat er jetzt wahrscheinlich nicht mehr verstanden Ähm, ich wollte mal schauen, ob es hier noch Gold oder ähnliches zu holen gibt Jetzt habe ich ihn Wie, wie, wie so ein, wie Wie in so einem Pädochat Hä Nicht, dass ich da schon mal drin gewesen wäre Natürlich nicht, du doch nicht Nä Ich war höchstens auf Panfu Pädophile Partnerbörse ist das Ja, ganz ehrlich, da werden so, so was von die kleinen Kinder aufgerissen Alter. Hat jetzt niemand gehört? Panfu ist ein großartiges Spiel. Alles andere als großartiges Spiel. Ich mochte Panfu früher immer. Ich hasste es schon immer. Du kannst es gar nicht. Doch, ich hab schon gespielt. Aber ich konnte es wirklich nicht. Hier ist ein schöner Fr... Nee, ähm, Renderfehl. Ähm, ich suche hier... Oh, ein Zombie. Aber diesmal bin ich mit Diamant-Schwert gekommen. Haha. 62 Frames. Schön. Äh, bah. Hinten lang, oder? Hier ist ein Fackel. Alter, ich... Was ist das? Oh, Eisen. Ja, hab ich die Eisentextur nicht ausgetauscht, oder wie? Ach nee, das ist... Oh Gott. Ähm, warte mal. Hallo, hallo, ja, hallo, hallo. Ja. Das ist, ähm... Eisen ist eigentlich richtig. Ich hab nur die Animation noch drin. Kennst dich, hör dich immer, ne? Ich hör alles, was du sagst. So. Cool. Ich hasse Skortex, Skortex. Das beschissenste Arsch auf der ganzen Welt. Der hat keine Freunde und... Und ist... Und ist... Äh... 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 Ein großer... Ein großer Xbox-Fan. Genau. So, jetzt hab ich's ihm gegeben. Bäuch ich hier mit der Eisenhacke mal schön das Eisen ab. Ich wusste doch, hier war noch ein Höhlenarm, der unerforscht war. Oh nein, jetzt gibt's Stress. Na ja, hin und wieder mal. Alter, dieser fucking Playlist, ne? Immer noch nicht ein Lied vorbei. So, ich lass die jetzt einfach mal laufen. Skortex ist ja eh nie da. Ah, jetzt ist er wieder da. Oh man. Oh man, man, man. Schönes Internet. Ich glaub... Ich glaub, irgendwann, ne? Wenn meine Mutter gerade schläft oder so. Ich renn zu dieser scheiß Box und restarte die zehnmal. Und dann... Dann... Was bringt dir das dann? Was weiß ich? Genugtum. Vor allen Dingen irgendwann, wenn meine Mutter mal schläft. Also, das ist so ein seltenes Ereignis. Sie schläft irgendwie einmal im Monat oder sowas. Genau. Cool, zum Glück hört er mich, aber ich verhöre ihn nicht. Deswegen... Er beleidigt mich jetzt aufs Übelste. Nur ich höre das nicht. Ihr auch nicht. Also, Beleidigung brauchen wir uns hier jetzt nicht anzutun. Jetzt hat er schon wieder die Playlist gestoppt. Ich werde hier... Also, so im Hintergrund. So. Das ist so episch. Er kriegt nix auf die Reihe. Oh, ein Enderman. Und eine Fledermaus. Oh, wie süß. Fucking Enderman. Stirb. Guck, du hämst jetzt direkt... Oh, eine Enderperle. Oh, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Hallo, Fledermaus. Hallo. Tutsi-du. Tutsi-du. Oh, ist sie süß. Boah, die macht aber komische Geräusche. Natürlich macht sie komische Geräusche. Ich... Die macht immer... Deine Fresse. Ich krieg gleich auch ne Fresse. Vor, äh... Ja, vor Wut. So. Oder wie ich das früher immer nannte Sauerigkeit. Sauerigkeit. Ja, ich hatte mal kleine... Ich war mal bei kleinen Kindern zu Besuch. Und, ähm... Dann soll ich mit dem Fußball spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen spielen spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen 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 spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen 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 spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen 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 spielen. Dann soll ich mit dem Fußball spielen 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 spielen. Untertitelung des ZDF, 2020